Ja, willkommen zu der neuen Ausgabe. Los geht's hier. Boah, sehr geil. Das gefällt mir. Boah, halt, da drückt mir gar nicht. Ah, cool. Boah. Boah, Alter, hier. Alter, ich hab gar nichts, Alter. Oh, komm her, wieso? Boah. Na, ja, komm her. Schick, geil. Verpisst euch, Alter. Oh, du triffst gar nicht mehr, Wichser. Boah, Alter. Oh, eh oder weniger. Oh. Allerdings. Oh, fett, Alter. Ja. Boah. Da ist ein Bastard, Alter. Ja. Oh, hallo. Panzer. Da ist ein Panzer. Panzer. Los, weg hier. Panzer, zurück. Zurück. Zurück, zurück, zurück. Fahr zurück, zurück. Weiter, 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 weiter. Nach rechts, nach rechts, nach rechts. Boah, Alter. Boah, Alter. Dann nimm's. Oder zurück. Oh, fuck. Der macht uns platt. Na toll. Dafür muss ich mich unbedingt beim Käpt'n bedanken. Schnauze, Elder. Schaffen Sie Ihren Hintern raus. Aufmacht ihn. Los, los. Alter. Ich bin nur auf sowas einladen. Ich würde sagen, weil... Alter, du Spaß, Alter. Komm her, du Vogel, Alter. Bäm, Alter. Oh ja, Medikit, sehr gut. Ja, sehr schön. Ja, ja, ja. Bäm, Alter. Bäm, Alter. Linksflank hier. Ich seh dich. Oh, scheiße. Höh. Boah, lass mal schneller hier. Hab ich noch nicht. Hab ich noch nicht. Hab ich noch nicht. Eis, Kalt, hab ich. Zeit doch. Yeah, yeah, yeah. Nicht mit mir, du hohen Sohn. Ah, äh. Oh, fu. Oh, ist denn das hier eine schöne fette MG, Alter. Sehr geil. Oh, ich bin mal drin, hier rutscht, hier. Oh, warte mal. Stopp. Oh, ich bin mal drin, hier. Oh, I- ey, ich komm doch schon hin. Oh, 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 Alter. Ihr leck mich, Alter. Ir, fang mal, Alter. Oh, what? Hat mich die Tür auch nicht. Hier anders hier. Ähm, Alter. Ey, der liegt mich da oben, Alter. Boah, Alter, der ist ja krank, Alter. Panzer. Boah, Alter. Perfekter Panzer. Hallo, fahr, 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 fahr. Boah. Du krank, Alter. Ja, fahr, 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 fahr. Boah. Langsamer, verdammte Scheiße. Geht doch. Ich verschicke halt die Knarre, Alter. Ich erstatte Major Shepard's Gewicht und hole unsere Befehle. Was denn das hier, äh? Ich muss schon sagen. Was soll ich sonst noch tun? Gar nichts. BAM, Alter. Ah, das war's schon? Geil. Geil. Ach, diese Scheiße-Lise, ey. Die der 0900 Nare, Sainte-Marie, Tumont, Normandie, Frankreich. Im Pataillon HQ herrscht völliger Aufruhr. Alle Kompanien sind total unterbesetzt, weil alle falsch abspringen. Hoffentlich weiß Foli, was er tut, da ich nicht glaube, dass wir von dort nützliche Hilfe bekommen. Wir haben schon eine neue Mission, eine deutsche Artillerie-Batterie, ein paar Meilen nötig. Von hier hat das Feuer an den Stränden eröffnet. Der CO will sie zerstört sehen und wir sollen es richten. Wir gehen ohne Luft- oder Artillerie-Unterstützung rein und sind deutlich in der Unterzahl, aber da muss man jetzt wohl mitleben. So, dann machen wir hier erstmal Schluss und sehen uns dann in der nächsten fetten Kali-Mission. Haut rein, bis dann. Kali-Mission. 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 Vielen Dank.